jo leute was geht ab und heute spielen wir gta aber wir drehen nur kurz mal am glücksrad und das war's ja fertig okay starten wir bitte bitte auto bitte auto das ist so ein geiles auto drin das rp meinte ich das schlechteste nicht gucken weil ich spiele grad gta online zum zweiten mal heute und ja kommen sie diese schicke karl wäre drin gewesen wäre das nicht einfach nur geil und jetzt trinke ich nur euch mit 1 mit 1 1 ich nehme eine pisswasser hier pisswasser so das wäre doch schön leute wenn wir das ist dieses teil haben hätte hätten oder im nächsten video machen wir mal einen banküberfall ok ok haut rein leute und ciao